Na klaro. Wir gehen jetzt aber... Oh! Oh! Oh mein Gott! Ich würde sagen wir rennen zurück, ne? Rennen wir zurück doch. Wir rennen zurück, Alter. Wir wissen, woher das kam. Vor uns aus dem Wald. Gerade eben meinte der Esblumen sollen vorsichtig sein. Wenn in einem Busch das laufen könnte. Oh, das geht aber immer noch auf mich. Ach, hinter uns! Ja, ja. Wieso hat er mich nicht getroffen? Oh, das ist direkt hinter uns im Wald! Ja, warte, ich hol den. Siehst du ihn denn irgendwo? Wie ich ganz ruhig bleibe, ne? Normalerweise streich ich immer rum wie ein Mädchen. Ich nehme jetzt auf und das, was wir heute erleben, wird in eine Folge geschnitten. Ganz einfach. Egal was passiert, wird eine Folge heute. Okay? Warte. Ach, warte. Wenn man das so überlegt, dass jede Aufnahme-Session halt eine Folge wird, egal was passiert, Mann. Weißt du? Äh, ja. Verstehst du, was ich meine? Ja, klar. Ist geil, ne? Ist ne gute Idee, oder was? Das ist ne gute Idee, Mann. Ähm, ich bin, ich bin, ich bin, ne? Ich bin in der Base drin, Alter. Du hörst mich wahrscheinlich rasch hin, ne? Oh ja, das bist du, ja. Okay. Gut, wir gehen davor einfach in die... Ich geh jetzt einfach in die Baracke rein, komm. Ja, komm. Was, was soll denn schon passieren, Mann? Wir sind, wir sind stark bewaffnet. Was soll schon passieren? Ich geh in die andere Baracke gleich, ne? Achso, wir wollen uns jetzt schon aufteilen, okay? Ja, ja. Na gut, mach schnell nix, ne? Nix, Mann. Wenn's passiert, passiert's, Alter. Man kann's nicht aufhalten. Wahrscheinlich ist hier ne Mine versteckt. Bumm, tot. Oh, Mine in dieser Version. Oh, hier ist noch ein Mac. Alter, wie viele IK-Macs ich finde. Unfassbar. Auch in den Schränken immer gut gucken. Da könnte echt der geilste Stuff drin liegen, ne? Der geilste, oder halt auch nur Bullshit. Ja, oder halt auch ne Trommel, ne? So. Oh. Oh. Oh, hier unter dem Bett liegt's. Unter dem Bett auch immer gucken, ne? Hier ist zum Beispiel der SVD-Mac. Siehste? Das brauchen wir zum Glück. Naja, gut. Ist aber schon geil, ne? Da mach ich halt mal kurz nix, ne? So. Und? Wie sieht's aus, du, technisch? Ich hab'n Morphin, ne? Du hast'n Morphin, wow. Aber gut, immerhin ist geil. Ich guck' ein bisschen auf den Eingang, dass hier keiner reinkommt. Da kann man mich wahrscheinlich auch wegsnipern. Ich bin ja eigentlich auch nicht gut positioniert, muss ich sagen. Aber für nen Tim Boy, da deckt man halt kurz mal, ne? Wir könnten jetzt zum Airfield, wenn du magst. Ich hab' schon lang keine Airfield-Action mehr gehabt. Mhm. Dann gehen wir zum Airfield. Darum uns die Reise hinführt, oder? Ja, ja. Ich muss halt in den Nahkampf, hast du was passiert? Ich hab'ne Scorpion. Hast du mir vielleicht noch Magnum Moon? Nee, Mann. Ich hab' gar nichts dabei. Nee, okay. Hätt' ich wenigstens noch ne Zeit war für'n Notfall. Was ich kack' nur nicht treffe, ey. Bist du bei dir mal gestorben, ne? Ja. Hier sind wir schon mal gestorben. Ja, du bist hier mal gestorben, ja. Stimmt, stimmt. Und du dann später. Weil du einen Hasen oder so gesehen hast auf der Wiese, ne? Nee, das war'n Huhn und ich wurde das abgeknallt. Ein Huhn war das, ja. Was denn? Ich will einen Huhn abknallen und verreckt dann. Dann wurde ich ganz auf einmal abgeknallt. Das war... Ja, das war auch ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, ein bisschen ungeschickt von dir, aber... Nee, nee, nee. Ungeschickt war das nicht. Nein, meinst du? Ach, du bist in dem Mitten im Weibor und du willst hier... Jetzt sag' ich auch schon Weibor wegen dir. Ja, Weibor sagen auch nur Lappen. Jetzt bin ich im Lappen, weil ich Weibor sage, oder was? Weibor. Noch schlimmer. Ja, genau. Weibor, oder was? Dasselbe wie Düsink. Was ist denn Düsink? Ist das eine Ortschaft? Ja, Düsink. Düsink. Hör mir auf. Düsink. 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 Also auf zum Erfelbiss, ne? Ja, ja. Können wir machen, Alter. Ich bin zwar ein bisschen... Ah, ich nehme ein bisschen aus der Hand. Ich würde sagen, wir gehen dann schon beim Waldstück wieder rein übers... Zelt, oder? Zeltlager. Ja, wir auch. Ich meine, das macht eigentlich fast jeder so. Ist eigentlich auch voll unklug. Aber ich glaube, wir wollen die Action einfach... LOL, ein Dosenöffner. Spielt durchgespielt? Spielt durchgespielt? Full equipped. Ich brauche... Komm, Boy, wir haben einen langen Weg vor uns. Hof nach Wiebo. Der Server-Spider wäre so als Randhilfe immer voll, ne? Aha. Aber wir haben ja keine Serverliste mehr, leider. Die kommt wahrscheinlich erst wieder im nächsten Update. Ja. Hoffentlich, hoffentlich. Da weiß man natürlich noch nichts genauer, aber ist doch mal gut. Ich würde halt mal gerne wissen, wieso sie das gemacht haben. Also wahrscheinlich war es ein Versehen, ganz ehrlich. Wahrscheinlich war es echt ein Versehen. Ja, weil... Weißt du, ein Haken auszusehen irgendwo... Irgendwo. Also so ein Statement dazu fände ich mal ganz cool, weil sie beantworten ja auch irgendwie keine Fragen. Ja, mysteriös. Vielleicht ein Event? Man weiß es nicht. Ein Test? Ich weiß es nicht. Man an sich ist es ja spannend, weil du weißt nicht, wie viele Spiele auf dem Server sind. Aber andererseits nervt es halt auch nicht zu wissen, wie viele Leute auf dem Server sind. Du kannst halt auch nicht überprüfen, also du kannst schon natürlich über Umwege, aber du kannst nicht überprüfen, ob dein Mate jetzt auch auf dem Server ist oder nicht. Genau, genau. Ein Notfall dann, weißt du. Oder irgendwie... Ich hatte es schon oft, du machst PvP und dann fragst dich, warum geht keine Action mehr und dann sind halt gar keine Leute mehr auf dem Server. Ja, ja, alle. Und du checkst das halt voll nicht. Du musst halt immer ausloggen und ja, re-loggen halt. Ist halt auch ein bisschen blöd. Na klaro. Wir gehen es aber... Oh! 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 Oh mein Gott! Ich würde sagen, wir rennen zurück, ne? Oh shit, boy. Renn dir zurück doch. Wir rennen zurück, Alter. Wir wissen, woher das kam. Oh, vor uns aus dem Wald. Gerade eben meinte der Essblumen so ein vorsichtig sein. Warum? Wenn in jedem Busch das laufen könnte. Oh, das geht aber immer noch auf mich. Ach, hinter uns. Ja, ja. Wieso hat er mich nicht getroffen? Oh, das ist direkt hinter uns im Wald. Ja, warte, ich hole den. Siehst du ihn denn irgendwo? Wie ich ganz ruhig bleibe. Normalerweise schreie ich immer rum mit dem Mädchen. So ne... Hast du ne Mosin? War grad zwei verdammt schnelle Schüsse. Hast du gerade geschossen? Einmal ne Mosin? Ne, ne, ne. Ich hab die Mosins auf jeden Fall gehört. Aber ich geh mal weiter, ne? Wo bist du denn? Ähm... West... Oh fuck, die ist gar keine Mauer. Westlich. Es ist überhaupt eher westlich bin ich vom Airfield jetzt. An der Mauer. Okay. Wollen wir die irgendwo umlaufen? Ich glaub sogar an Karabiner. Ja, ich versuch die ganz umlaufen. Die wissen zwar wo ich bin. Aber ja, eine Karabiner, eine Mosin. Das ist jetzt nicht so ein... Bist du übers Airfield gerannt? Ah nein, nein, nein. Ich renn's direkt zu Mosin. Oder zur... Dann machen wir's mal Mosin. Ey, es war auf jeden Fall eine Mosin. Das hatte ich... Das hab ich gehört. Es war so ein Mosin... Mosin-Geräusch, weißt du? Das sind anscheinend zwei, wie's aussieht. Nur auch, ja. Kann ich denn jetzt hier lang rennen, ohne dass sie mich treffen? Ich denk, die sind nämlich im... Im Süden. Ich weiß ganz genau, wo die sind. Im Süden, ne? Ich bin schon in der Baumreihe von den Typen. Echt? Holst du die jetzt, oder was? Ja, klar, Mann. Ja, was ist der Op, Alter? Das will ich fahren. Bist du sehen, oder? Wenn ich sehen schaff, klar. Auf dem Airfield sind noch Zombies drauf. Ich glaub, hier ist noch keiner. Oder ich hoff's mal, eher gesagt. Also, die sind schon Richtung Cabanino, ne? Ja, ja. Die Baumreine, ja? Hab ich das richtig geordnet, ja? Okay. Einer ist tot? Einer ist tot, ja. Nice, Alter. Kannst du kurz die Waffe überprüfen? Ey, der hat in der Auge. Wo ist der andere? Mhm, mhm, mhm. Da werden noch ein Sniper, 100%. Ja. Da war noch ein Sniper dabei, ne Mosi. Ja, warte. Ah, ich hab mir die Beine gebrochen. Den zweiten auch. Oh, das sind drei, drei. Shit. Oh, fuck. Oh, fuck, Mann. Oh, ich hör's, ich hör's, warte. Ich bräuchte noch ein bisschen Unterstützung. Ich weiß nicht genau, wo du bist. Ich komm aber in deine Richtung, auf jeden Fall. Versuch das mal. Bist du bei der Mauer entlang, oder wie? Nee, nee, das ist, ähm, vorm Airfield. Vorm Airfield? Ja, ja, in den Bäumen drin. Ich blute zum Glück nicht hin. Ich muss meine Jacke ausziehen. Das sieht total dumm aus. Ich weiß nicht, wo du bist, Alter. Ich kann's dir aber nur denken. Richtung Cabanino gelaufen, oder? Da ist auch so ein einzelnes Haus, ne? Das... Ja, ja, genau. Das ist vielleicht... Ja, nee, vom einzelnen Haus. Ja, links oder rechts davon. Sorry, ich bin gerade ein bisschen unter Anspruch. Ich weiß, ich weiß. Kein Thema. Weil meine Waffe hat nicht mehr viel Munition. Da ist noch ein SKS-Typ. Sind beide tot? Ja, es sind drei. Okay, aber... Damit ich weiß... Was? Der steht direkt bei mir. Wo bist du? Ich hör' dich. Wo bist du, Mann? Ah, shit, Mann. Der hat ne scheiß Shotgun und... Er kann unendlich... Warum kann er so viel Ballern? Ach, sein... Ach, mein Pistol ist kaputt. Ich hör' dich. Ich hör' dich. Ja, ja. Versuch mal herzukommen. Renn mit her. Über die Wiese? Über die Wiese? Ja, bitte renn. Bitte komm einfach her. Es ist eh nur einer. Ich komm' jetzt auch her. Ja, der hat ne Shotgun. Ich hör' euch hart, Alter. Wo seid ihr denn? Ja. Ey, ist doch Bullshit. Lebst du noch, ja? Ja, ich leb' noch. Ich hoff' ich... Du hast keinen Rucksack... Er hat ja nen Rucksack an? Leute, ich hab' einfach fast alle... Jaja, ich hab' keinen Rucksack. Er hat keinen, ne? Naja, er hat einen, ne? Bist du das? Bist du ja, ne? Jaja, der ist direkt irgendwo vor mir. Ne. A Shotgun. Ah, ich hab' noch zwei Schuss in der Winnie. Easy. Ich hab' noch zwei Schuss in die Hände. Wie, der ist direkt vor? Die willst du mich verarschen? Wo ist denn der? Der lässt mich hinterher gerannt. Ah, ist bei mir. Bei mir. Los, hinter mir. Wo? Ach, da. Guck, da rennt er. Da rennt er. Er rennt weg, ne? Er rennt weg, ne? Nice. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Lass ihn kommen. Ich weiß es nicht. Man, er ist hart außer Atem. Ich kann ihn noch nicht... noch nicht treffen. Ich bin noch nicht feuerbereit. Schuss in die Augen. Mach, mach, mach. Ich hab' hier alles im Blick. Also ich hoff', dass wir haben ja auch. Nimm, nimm, nimm einfach alles. Ich hab' alles im Blick, Alter. Der kommt jetzt von rechts. Über die Wiese. Er rennt zickzack. Er will uns spotten. Oder er sucht uns. Ich weiß es nicht genau. Okay. Er ist jetzt nach links gerannt in den Busch. Er kommt von links. Von links? Er ist im Busch drin. Ah, er hat Hit. Er rennt weg. Scheiß, ich muss reloaden, Alter. Was macht der denn da? So wie mal zu hitten. Er ist gerade eine Pistole. Er hat einen Hit von mir. Ist angreifbar. Okay, da ist er. War das ein... Warst du das? Ja. Okay. Das klang irgendwie von... Wir haben Waffenswitch, ne? Mägen. Mägen. Das ist gut. Mägen. Oh, Glückspilz, Alter. Ich hab' noch 10 Schuss. Ich rush ihn jetzt, okay? Ja. Ich rush ihn auch. Der rennt zickzack. Das ist unsere Chance eigentlich. Der blutet, der blutet. Oder? Hm. Komm, dann holen wir noch. Ich hab' halt auch schlecht geschossen mit der Skorpion. Ich weiß auch gar nicht, wie die 0 ist. Und dann... Oh, shit, Mann. Belong, Mann. Okay. Ich komm' näher. Ich komm' näher. Ich komm' näher. Der blutet. Der blutet noch. Der blutet hart. Der müsste eigentlich gleich umfallen. Jetzt... Was macht er? Was macht er? Jetzt könnte er mich natürlich austricksen hier mit der Mauer. Ja, warte. Ich hol' mir mal schnell die SKS. Was für ein Match, Daisy. Oh, ja. Oi, oi, oi. Der gute Bursche, ne? Ja, warte mal. Lass ihn mich mal schnell holen. Das wird ein Ace. Das wird kein Ace, Alter. Doch, das wird ein Ace. Nein. Wieso treff' ich denn nicht mit der Waffe? Dude, ich hab' keine Muni mehr, ne? Ja, no problem. Ich hab' dir noch 10 Shots. Das wird ein Ace, boy. He. Schade. Ich hätt' ihn auch gerne gehabt. He. Cool, ey. Scheiße, ich hab' keine Muni mehr, Mann. Oh, oh, oh. Versuch' ihn einfach dran zu bleiben. Ja. Warte mal. Äh, 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 er schieß' nicht auf mich, ne? He. Ja, ne, ne. Alter, Tim. Tim, hör auf, Mann. Ja. Tim, Alter! Sei doch weg. Oh, du f***et, ey. Du hast ihn aber getroffen. Was hält'n' der aus? Okay, warte, warte, er ist down, er ist down. Jetzt muss ich ihn noch finishen, das wird ein Ace, okay? You tried to kill me, now I'm gonna kill you. Und now you are down, sorry boy! Und now you are down, sorry boy! Äh, achso, boah, ich dachte das Kamera von der Seite halt. Ja, ich nehm' die Pumpgun, falls das okay ist. Ja, ja. Alter, bin ich eigentlich dumm? Ich hab' ja eine, ich hab' ja eine. So, komm, wir gehen jetzt zum anderen Loot, bevor der despawnt. Ja, go, go, go. Ich nehm' die Weste noch mit. Äh, was da denn noch schön ist? If and all, bla bla bla. Trinkflaschen kann ich mitnehmen. Spätes Timing, Lucy, wirklich spät. Wie jetzt? Du bist zu spät eingetroffen, aber ich leb' ja noch. Achso. Oh man, diese Jacke sieht ja richtig hässlich aus, wenn die... Okay, aber gut geregelt, Alter. Respekt, Mann. Alles Pistol, ne? Ja, klar. So, äh... Schon mal Premium-Content heute. Lelelelelelelelelele. So, ich hab' jetzt natürlich eine Shadi. Die relaute ich auch mal kurz hier. Die mach' ich auf die 1. Dann hätten wir ja schon mal ein bisschen... Stuff ergaunert. Jetzt mach' ich kurz den Test mit der Pumpgun. Ob die überhaupt schießen kann. Ja, wunderbar. Dann hätten wir das auch mal kurz abgecheckt. Ja, wunderbar, Alter. Freut mich. Und das ist dann noch zum Airfield noch, ja? Jo, ich brauch' nur ein Magazin für meine M4. Ich hab' keins, Alter. Ich hab' nur... Alles wegen gehen wir zum Airfield. Na gut. Darf' ich noch gucken, was der so hat für mich? Der ist ja nackt. Der hat ein Helm, Mann. Oh, jetzt hab' ich gleich ein Verstecken gemacht. Die Axt kann ich, kann ich gebrauchen. Ich hab' auch so ein Pro. Ja, das ist so dumm, Alter. Wieso muss man den Step drücken? Das ist doch schon immer. Ne. Wo lag der andere? Äh, eigentlich sind alle weg. Hier liegt noch einer mit ruinierten Stuff. Wo? Uiuiuiuiuiui. Doch, die Axt ist auch gut, Alter. Oh, jetzt hab' ich die Sonnenbrille, naja. Die Axt nehm' ich mit. Sonst die Bandagen, 9mm und so, kann man immer gebrauchen. Weiß ich jetzt nicht, wieso die liegen lässt eigentlich. Der Stein natürlich auch. Peaches sind da noch ganz. Sag mal, bist du blind oder so? Woah. Guck mal, was die dabei hatten. Die ist neu mit diesem Update gekommen. Was ist das denn? Eine lilanes, äh. Lilane Smoke. Woah. Boah, die fliegt ja weit. Die fliegt echt weit. Das weiß jeder, man weiß von 1000 Meter wo wir sind, ne? Ja, klar. Vom Rauch am besten, komm. Vom Rauch. Oh mein Gott, hi. Guten Abend, Player. Die Apokalypse hat begonnen, Alter. Pink. Oh, das sieht mega scheiße aus im Thumbnail, ne? Oder wenn wir das so ein bisschen... Nee, nee, lass ein anderes... Nee. Lass ein anderes... Weiß ich nicht. Ich find schon was. Wie viel Schuss? Zwei Schuss hab' ich noch. Aber weißt du, ich würd gern ne Unkertwoche machen, wo wir ein festes Team haben. Ja, stimmt, stimmt. Weißt du, Tim, Rico, ich, Dash vielleicht. Und sonst wär das irgendwie... Weißt du, dass wir dann so, weiß ich nicht, den ganzen Abend aufnehmen zusammen. Und das sind alles Unkertwoche, bei mir oder so hochladen. Ja, das kann man mal machen. Oder bei Rico, der will auch mal machen. Würde ich mitmachen. Ne Unkertwoche? Hm? So, jetzt muss natürlich nur noch einer auftauchen hier, ne? Ei, ei, ei. Oh, ich loot' ein bisschen, ne? Ich brauch' hier ne neue Waffe noch. Mhm. Aber vertieft die nicht so sehr. Nein, ich doch nicht. Der, der jetzt Blumen meint, das wär' zu gefährlich. Ach so, weil der hier lauert, oder was? Haha, das stimmt. Oh, guck dir mal an, was dir alles rumliegt schön ist, ey. Oi, 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 oi. Da geht mein Looterherz auf, ne? Was hab' ich für Military Boots, Blue Rock? M4-Magazin bräuchte ich denn für die M4, ne? Ja, ich weiß schon, weiß schon. Wie kriegst du die SKS, wenn du Bock hast? Ja, auf die hab' ich immer Bock. Da ist ein 40er Mac. Ist das... Für die M4? 556, ja, für die M4. Nice, man. Ja, für die M4. Hab' ich ein Mac, siehste? Läuft da schon mal ganz gut, ja. Wirst du die direkt haben, oder? Wär'n nicht schlecht, ja. Dann kannst du direkt die SKS nehmen. Loll, den FNX. Mitnehmen, man. Noch'n, äh, M4-Mac. Äh, Dude, hier ist noch nichts gelootet worden, ne? Ich merk's grad', ja. Also ich komm' mal zurück, dann kannst du mir die SKS geben, ja. Aha. So, du brauchst meinen Mac, ne? Hier, Macs, Macs, Macs. Empty, Shotgun, Wack. W-wack. SKS nehm' ich dann mit. Und, würd' sagen, die reload ich auch direkt. Ist jetzt meine Skorpion auf dem Boden? Scheiße. Die werd' ich natürlich behalten noch. Auf die 1 am besten. Das nehm' ich jetzt auf die 2. Eieiei, kurz hier umstrukturieren. Ah, alles klar. Okay, ähm. Gut, frisch aufgelootet, würd' ich sagen. Gehen wir dann rüber zu Cabanino. Frisch aufgelootet. Und suchen die letzte Action, oder was? Oh, ja. Den Showdown? Showdown, ja. Ähm. Zombie-Pull am Airfield vor der Feuerwehr. Wo? Ja, da rennt einer übers Airfield. Kommt er zu uns? Siehst du ihn noch? Ja, rennt übers Airfield. Ich will den Zombie irgendwie ausweiten. Mega seltsames Verhalten. Wo ist denn der jetzt hin? Randrichtung Industrial. Wollen wir's Airfield crossen? Ja. Den holen wir weg, okay? Okay, machen wir. Lauf im Schatten vom Ding. Mhm. Okay, wir holen uns den. Wir catchen den, ne? Ja, ja. Weißt du, wo er hin ist? Ich denke, der rennt durch den Zelten. Ist der nicht irgendwo ins Gebäude rein? Nee, 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 nee. Der Zombie, der mir nervt. Rehner Industrial von der Feuerwehr. Aber, ich bin getroffen. Wo kommt das? Ich weiß es nicht. Feuerwehr oder so? Vor uns. Okay. Ah, ich bin, ich bin an keinen Schuss, Alter. Echt jetzt? Hermann. Pittman. Untertitelung des ZDF, 2020